über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Regler und Christoph Zezene. Und heute sind wir zu Gast beim österreichischen Bundesheer. Wir sitzen hier gemeinsam mit Herrn Obers Nowak und ich würde Sie vielleicht einmal bitten, dass Sie uns erklären, was Ihre Aufgabe beim Bundesheer ist. Ich bin beim österreichischen Bundesheer verantwortlich für die gesamte Verpflegslogistik. Mein Referat macht die entsprechenden Richtlinientätigkeiten für den Betrieb, ist insgesamt für die Betriebssteuerung verantwortlich. Wir haben insgesamt 88 Küchen- und Verpflegseinrichtungen, die wir hier mit unserem Referat ansteuern. Und wie viele Soldaten und Soldatinnen oder anderes Personal, weiß ich nicht genau, müssen Sie eigentlich verpflegen insgesamt? Das variiert je nach einrückenden Stärken der Grundwertdiener. Wir verpflegen im Schnitt am Tag zwischen 13.000 und 15.000 Personen. In ganz Österreich? In ganz Österreich, ja. Und das Ganze ist also so organisiert, Sie sind verantwortlich und unter Ihnen sind andere Organisationen, Landesverbände, denen Sie sagen, was zu tun ist. Sehe ich das richtig? Wir sind föderal organisiert nach den Bundesländern. Wir haben in jedem Bundesland ein Militärkommando, wo wir auch Fachoffiziere sitzen haben, die unmittelbare Vorgesetzte dieser Verpflegseinrichtungen sind. Wir haben also in ganz Österreich, in jedem Bundesland Verpflegseinrichtungen, die von diesen Fachoffizieren gesteuert sind und die bekommen von uns die entsprechenden Anweisungen. Aber das heißt, Sie sind, salopp gesagt, der Chefeinkäufer auch für das gesamte österreichische Bundesheer, was alle Waren betrifft oder die Lebensmittel? Wir sind grundsätzlich für diesen Bereich auch der Lebensmittelbeschaffung zuständig, wobei man dazu sagen muss, dass ja nicht alle Lebensmittel über die Bundesbeschaffungs-GmbH ausgeschrieben werden. Also es gibt einen gewissen Spielraum für das Personal in den Verpflegseinrichtungen, wo es also eine entsprechende freihändige Vergabe gibt. Welche Kategorien sind die, die über die Bundesbeschaffungsbehörde ausgegeben sind? Ich vermute mal die volumensmäßig großen wahrscheinlich, oder? Wir haben mehrere Warengruppen, also angefangen von Milch, Milchprodukten, Fleisch, Fleischwaren, Trockenwaren in der ganzen Bandbreite, Obst, Gemüse. Aber all die Artikel, die wir in diesen Warenkörben der BBG nicht abgebildet haben, kann die jeweilige Verpflegseinrichtungen am freien Markt einkaufen. Aber im Großen und Ganzen muss das ausgeschrieben werden? Ja, wir unterliegen als Militär genauso dem Vergaberecht, das heißt sprich den EU-Verordnungen und in Österreich dem Bundesvergabegesetz. Und die Bundesbeschaffung GmbH ist die Stelle, die für den Bund diese Ausschreibungen macht. Sie haben schon ein paar Kategorien angesprochen, die für uns sehr interessant sind, weil wir kommen, wir sind ja zu Ihnen gekommen, weil wir uns mit dem Thema Herkunft von Lebensmitteln beschäftigen und auf das Bundesheer gekommen sind, weil wir gesagt haben, wie schaut es denn eigentlich aus mit den Großabnehmern in Österreich? Wie kaufen denn die ein? Und Sie haben Milch und Fleisch angesprochen. Wie kauft das Bundesheer da ein, beziehungsweise wenn es über die Bundesbeschaffungsgesellschaft geht, wie läuft der Prozess ab? Wie sehr ist man da auch, nachdem eine öffentliche Einrichtung ist, angehalten, österreichisch einzukaufen? Ist das überhaupt möglich nach den gesetzlichen Vorgaben? Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesbeschaffung GmbH für all jene Ressorts ausschreibt, die Küchen betreiben. Das ist neben dem Bundesministerium für Landesverteidigung auch das Justizministerium zum Beispiel. Und hier wird entsprechend gebündelt. Wir melden unsere Bedarfe ein. Es muss ja auch abschätzbar sein, um welche Mengen wir hier sprechen, sodass also die jeweiligen Anbieter auch kalkulieren können, wenn sie ihr Preisangebot abgeben, in etwa in welchen Mengen wir hier Waren abrufen, sodass man also dementsprechend auch dann den Preis gestalten kann. Das wird gemeinsam, diese Leistungsbeschreibungen werden gemeinsam mit der BPG erarbeitet. Die BPG macht die ganzen vertraglichen Unterlagen, das Vertragswerk und schreibt dann gemäß Bundesvergabegesetz aus. In der Regel ist das europaweit, weil wir hier also die Schwellenwerte überschreiten. Daher haben wir nicht nur inländische Anbieter, sondern im Prinzip Anbieter aus dem europäischen Raum. Bei der Vergabe ist es so, dass man das Diskriminierungsverbot beachten muss. Das heißt, wir können nicht ausschreiben, wir wollen eine Berglandmilch oder von irgendeinem anderen Anbieter, der speziell in Österreich angesiedelt ist oder in Österreich produziert oder eine österreichische Firma, sondern wir müssen dieses Lebensmittel produktneutral beschreiben. Das ist halt das Schweinsschnitzel mit 250 Gramm und so wird es dann dementsprechend ausgeschrieben und dann können sich alle Betriebe in Europa um diese Vergabe bewerben. Wir schreiben ja nicht österreichweit in dem Sinn aus, dass wir sagen, das Fleisch für alle Kasernen geht an einen einzigen Anbieter, sondern das wird hier dann neben den Warengruppen auch auf entsprechende Lieferlose heruntergebrochen. Und wir haben speziell im Bereich zum Beispiel Brot und Gepäck und auch Fleisch und Fleischwaren teilweise bis auf die Kaserne als lieferlos heruntergebrochen. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass wir also für jede Kaserne einen eigenen Brot- und Gepäcklieferanten haben, wenngleich wir in den letzten Jahren feststellen mussten, dass das immer schwieriger wird, hier wirklich auch regionale Anbieter hier zu bekommen, die sich einerseits an der Ausschreibung beteiligen und andererseits auch in der Lage sind, diese Mengen zu unseren Konditionen und Bedingungen noch anzubieten. Aber durch diese Kleinteiligkeit teilweise der Lieferlose, ist es damit überhaupt noch interessant für einen europäischen oder für einen nicht österreichischen Anbieter oder wie sieht das dann sozusagen, das ist jetzt der Rahmen theoretisch, wie sieht das dann in der Praxis aus? Wer nimmt denn dann an solchen Ausschreibungen überhaupt teil? Kommen da tatsächlich auch außerösterreichische Angebote oder ist das für die dann eh nicht interessant in der Praxis? Kommen auch, nur bei Brot und Gepäck, sage ich jetzt einmal, sind die Mengen und der Gewinn, der damit zu machen ist, sage ich jetzt einmal, überschaubar und es wird wahrscheinlich kein Lieferant aus Bayern nach Wien Brot und Semmeln liefern, weil der Aufwand viel zu groß wäre und vor allem wir natürlich als Militär andere Anforderungen haben, dass wir oft kurzfristig vielleicht Nachlieferungen benötigen und das wird für jemanden, der einen langen Versorgungsweg hat, einfach unmöglich. In den Medien habe ich irgendwie so den Eindruck gehabt, dass versucht wird, bei Großabnehmern auch österreichische Lebensmittel sehr stark zu forcieren. Das scheint ja gar nicht möglich zu sein, oder, bei den Ausschreibungsverfahren? Es ist schwierig. Wir haben, wenn ich vielleicht ein Beispiel nennen darf, wir haben während der Sterrischen Abflernte einen Lieferanten gehabt, der uns chilenische Äpfel geliefert hat und das ist natürlich etwas, was beim Konsumenten nicht gut ankommt, was bei uns selbst nicht gut ankommt. Aber wenn der Apfel als Ware ausgeschrieben ist, dann kann ich nicht sagen, ich möchte einen österreichischen oder einen steirischen Apfel, sondern dann wird der Apfel in seiner Form, wie wir ihn haben wollen, beschrieben und der Lieferant, der Großlieferant liefert, was für ihn am Markt verfügbar ist, beziehungsweise was auch für ihn, sage ich jetzt einmal, das lukrativste Geschäft ist. Ich habe im Kopf sinngemäß, dass im Regierungsprogramm, glaube ich, sogar auch drinnen steht, dass für Großküchen oder Großverpflegungen oder Gemeinschaftsverpflegungen angestrebt wird, irgendwie Herkunftskennzeichnung. Das ist natürlich nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber damit verbunden und aber auch sozusagen den Einkauf bei heimischen Anbietern irgendwie zu forcieren und dann haben wir das Vergaberecht, das natürlich dem gegenübersteht. Aber es ist wahrscheinlich Theorie und Praxis. Die Frage ist in der Praxis, wenn Sie jetzt Ihre Lieferanten beschreiben, ohne uns Namen nennen zu müssen, aber wie viel kommen wirklich nichtösterreichische Anbieter dann tatsächlich zum Zug im Sinne von, auf der einen Seite, wie viele bewerben sich um einen Auftrag und wie ist dann das Zuschlagsverfahren? Also die Realität sozusagen schaut wahrscheinlich nochmal anders aus, als dass man ausschreiben muss, natürlich europäisch, wenn man ja nicht diskriminieren darf. Nun, da muss man es im Prinzip so sehen, dass zum Beispiel bei den Trockenwaren, wo wir eine sehr große Bandbreite an Waren haben, Firmen zum Zug kommen, die nicht unbedingt österreichischer Herkunft sind, aber eine österreichische Niederlassung haben oder halt dann sich mit dem Zusatz Austria hinten dranhängen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie beurteile ich so eine Firma, ich sage jetzt eine große Firma, die in der Schweiz ihren Sitz hat und dann eine österreichische Gesellschaft gründet. Ist die jetzt ein österreichischer Lieferant oder ist das ein Schweizer Lieferant? Ich sage, dieser Markt ist mittlerweile so verwoben, dass es oft von der Definition schwerfällt zu sagen, das ist jetzt ein österreichischer Lieferant, vor allem dann, wenn es um Fertigprodukte geht. Überall dort, wo man sagt Obst und Gemüse, da hat man ja eigentlich vom Ursprungsproduzenten oft einmal vielleicht nur einen kleinen Zwischenhändler und dort kann ich natürlich sehr wohl feststellen, ob der heimische Ware liefert oder ausländische Ware liefert. Bei großen Firmen ist das dementsprechend schon schwieriger. Auszeichnung der Lebensmittel. Ich kann mir vorstellen, dass es eine große Bandbreite von Konsumenten, Soldaten gibt, die unterschiedlich essen. Vegetarisch, Moslems zum Beispiel, kein Schweinefleisch. Wie wird das gehandhabt in den Kasernen? Wir versuchen hier einerseits den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, also all das, was den Religionsausübungen vorgegeben ist, berücksichtigen wir entsprechend bei uns, also teilweise schweinefleischlose Kost. Wir berücksichtigen auch die Sikhs, auch die Soldaten und Soldatinnen der mosaischen Glaubens, wobei wir nicht koscher kochen können, sondern dann hier fremd versorgen. Die Strömungen, die Sie angesprochen haben, ich bezeichne es immer als Strömungen, vegan, vegetarisch, Frutaria, da gibt es ja die unterschiedlichsten Ausprägungen. Das ist in der Gemeinschaftsverpflegung mit den Ressourcen, die wir haben, nicht hundertprozentig umsetzbar, wenngleich wir natürlich versuchen, auch durch ein Anbot einer dritten Speise beim Mittagessen in fleischloser Form hier auch dem in einer gewissen Art und Weise Rechnung zu tragen, wenngleich wir das nicht komplett umsetzen können. Wie schaut das heutzutage aus beim Bundesheer, wenn ich essen gehe? Also ich kann mich erinnern, bei mir war das einfach eine große Küche und da ist das Kulisch und das Schnitzel auf den Teller gekommen. Hat sich das geändert in den Jahren? Hier hat es also massive Änderungen gegeben. Der Grundverdiener, der in der Früh zum Frühstück kommt, hat ein Frühstücksbuffet, aus dem man dementsprechend auswählen kann von verschiedenen Brot- und Gepäcksorten über Marmelade, Joghurt, Früchte, Wurst, Käse in unterschiedlichster Ausprägung. Beim Mittagessen ist es so, dass wir im Normalbetrieb drei Speisen zur Auswahl anbieten, wo wir auch hier das in Buffetform machen. Das heißt, jeder Pflegsteilnehmer kann sich sein Menü individuell zusammenstellen. In der Regel bieten wir Vorspeise, in der Regel Suppe, Hauptspeise und Nachspeise an. Und das Abendessen ist meistens ein vereinfachtes Menü, weil wir am Abend nicht mehr so viele Grundverdiener in der Kaserne haben und nur diejenigen berücksichtigen müssen, die zum Beispiel auf Übung sind. Die bekommen aber dann meistens noch zusätzlich eine extra Verpflegung. Auf den Übungen natürlich, ich wollte noch kurz, bei den Übungen können Sie dann aber wohl nicht mehr unterscheiden, ob einer Vegetarier oder Frutarier ist, nehme ich mal an. Ja, vegetarisch ist jetzt aber auch nicht so außergewöhnlich und neu. Also bei uns hat es Gulasch gegeben, eine Gulaschkanone. Deine Zeit beim Bund ist schon das eine oder andere Jahr her. Aber vegetarisch, da würde ich schon gerne nochmal drauf einhacken, ist ja jetzt kein neues Phänomen und auch nichts, was kommt und wieder geht, sondern ist etwas, was in der Breite der Bevölkerung schon relativ lange angekommen ist. Und Sie sagen ja, es gibt drei Auswahlmöglichkeiten, oder? Also Fleisch loszuessen ist hoffentlich sichergestellt. Wir haben grundsätzlich immer ein Menü fleischlos angeboten. Man muss aber dazu sagen, im Einsatz und bei Übungen ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich dann dahinter natürlich eine entsprechende Logistik benötige. In der Regel werden hier ein, maximal zwei verschiedene Speisen nachgeschoben, ins Feld hinaus oder bei Einsätzen. Hier habe ich also die Möglichkeit, aus einem größeren Bouvoir auszuwählen nicht gegeben. Wo kocht denn das Bundesheer? Ich habe vor einigen Monaten, bilde ich mir, eingelesen, dass es einen Plan gibt oder vielleicht schon eine Umsetzung, irgendwo in der Nähe von Salzburg eine zentrale neue Großküche zu errichten. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, wenn ich vielleicht auf das eingehen darf, wie wir uns insgesamt verpflegen. Wir befinden uns in einem Wandel. Wir haben vor etlichen Jahren auf das Verpflegssystem Cook & Chill umgestellt, haben jetzt insgesamt vier Regionalküchen in Wien, Wiener Neustadt, Graz und Klagenfurt, aus denen wir Finalisierungsküchen mit fertigen Lebensmitteln beliefern. Und in den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg haben wir noch das alte System Cook Hold & Surf, wo wir kochen und zubereiten und dann direkt im Speisesaal ausgeben. Cook & Chill bedeutet für uns eine flexiblere Handhabung. Das heißt, wir können zeitentkoppelt produzieren. Wir müssen nicht um 11 Uhr, wenn der Grundwert in einem Speisesaal hungrig wartet, mit dem Essen fertig sein, sondern die Produktionsküchen können also zeitumachemig produzieren. Die Ware wird dann im Garprozess unterbrochen, schockgekühlt, nicht tiefgekühlt, wie viele das glauben, nur schockgekühlt, verpackt, sind dann insgesamt bis zu sieben Tage haltbar und werden dann zu den Finalisierungsküchen transportiert, wo sie nur mehr quasi finalisiert, aufgewärmt und entzubereitet werden. Das erspart einerseits Betriebskosten, andererseits Personalkosten, weil wir in den Finalisierungsküchen weniger Personal benötigen. Von der Infrastruktur sind es mit geringeren Kosten verbunden, weil die Finalisierungsküchen vom Gerät und von der Geräteausstattung her wesentlich kleiner sind. Und dieses System soll in ganz Österreich ausgerollt werden und unser nächstes Projekt ist die Regionalküche in Salzburg, wo wir in der Schwarzenbergkaserne, die größte Kaserne Österreichs, wo wir derzeit vier kochende Küchen haben, hier eine Regionalküche mit zwei Finalisierungsküchen installieren und die werden das gesamte Bundesland Salzburg versorgen, inklusive der Liegenschaft Druckmüllungsplatz Hochfilzen, weil sich das hier von den Logistik wegen dementsprechend ergibt. Und die Küche in Salzburg wird auch sicherlich die modernste Küche, die wir betreiben, weil wir auch das Thema Digitalisierung uns vorgenommen haben und hier von den Küchengeräten her versuchen, einen Ansatz zu wählen, die Digitalisierung, die Fortschreitung im Pflegsbereich auch dementsprechend umzusetzen. Kann man mit dem Cook and Chill Verfahren auch Lebensmittelverschwendung irgendwie reduzieren oder wirkt sich das darauf nicht aus? Ich vermute, sie sind ohnehin sehr auf Effizienz ausgelegt. Denke ich mir oder erwarte ich mir beim Bundesheer. Hat das dabei geholfen oder ist das auch ein Beweggrund oder ist es ohnehin so, dass man sagt, man kann gut kalkulieren, egal wie dann die Zubereitung ist und man kann vermeiden, dass dann Speisen übrig bleiben in einem großen Ausmaß. Also abgesehen von dieser Flexibilität, dass man zeitunabhängig produzieren kann, ist es natürlich auch so, dass wir innerhalb kürzester Zeit auch die Produktionskapazitäten hochfahren können, weil wir in diesen Regionalküchen prinzipiell rund um die Uhr produzieren könnten. Das heißt, wir können innerhalb kurzer Zeit unsere Systeme hochfahren, eine zweite Schicht oder die Bediensteten länger arbeiten lassen über einen befristeten Zeitraum und hier mehr produzieren. Ich erinnere, wir haben während der Euro Fußball-Europameisterschaft 2008 in Wien in einer Regionalküche, wo wir normalerweise im Schnitt zweieinhalb bis dreitausend Portionen am Tag machen, achttausend Portionen gemacht über den Zeitraum von sechs Wochen und haben also hier auch die Polizei zum Beispiel mitversorgt. Das wäre in einem alten System so nicht möglich gewesen und wenn man sich den Prozess insgesamt anschaut, wie schaut das aus, wenn wir es auch finalisieren, dann ist es so, dass wir zeitnah finalisieren. Die Vorgabe ist, dass wir eine maximale Warmhaltezeit von 30 Minuten bei den Speisen haben und während der Essensausgabe wird hinten in der Finalisierungsküche nachproduziert und gegen Ende der Ausgabezeit versucht man natürlich ein bisschen das Angebot zu reduzieren, zurückzufahren, man weiß ja, dass dann zum Schluss weniger Leute kommen und dadurch, dass wir Verpackungsgrößen haben zwischen sechs und 20 Portionen in einer Verpackungseinheit, kann ich natürlich auch dementsprechend so produzieren, dass möglichst wenig Abfall anfällt. Stichwort Gesundheit, Fitness der Soldaten. Das ist ja auch elementar. Gibt es im Bundeswehr Programme, um möglichst gesundes Essen zu lernen, den Soldaten und Soldatinnen anzubieten, beziehungsweise auch die Soldaten zu lehren, was sie gesundes Essen sollen? Und eine Ergänzungsfrage, wenn ja, wie definieren Sie gesund? Ja, diese Programme gibt es, also sei es im Gesundheitsbereich, sei es auch natürlich von unserer Seite. Wir versuchen natürlich dahingehend auch dementsprechend das zu berücksichtigen. Wir haben jetzt ab 5. Oktober startet bei uns der Klimateller. Das ist ein Verpflegsangebot, das wir jeden Dienstag anbieten. Drei Menüs, die vermehrt regionale Produkte, vermehrt saisonale Produkte anbieten und auch die Fleischbeilage reduzieren. Das heißt, nicht die Stückware, also beim Schnitzel ist es nicht so, dass wir hier halbieren, aber zum Beispiel bei Eintopfgerichten oder Gulasch, dass man hier dementsprechend weniger Fleischanteil verwendet. Man muss aber auch so sagen, jemand, der zu uns für sechs Monate kommt und 18 Jahre gewisse Ernährungsgewohnheiten hat, da haben wir ein unterschiedliches Gefälle. Das heißt, diejenigen, die eher im urbanen Bereich aufgewachsen sind, sind vielleicht eher diejenigen, die auch solchen Trends folgen und vielleicht bei der gesunden Ernährung hier ein Stückchen weiter sind, während eher vielleicht der ländliche Raum noch das bodenständigere Essen bevorzugt. Und da müssen wir in einer gewissen Art und Weise einen Kompromiss finden. Wir müssen darauf Rücksicht nehmen, dass wir so junge Menschen haben, die einen erhöhten Bedarf an Kalorien haben, die durch Übung und Einsatz natürlich auch dementsprechend gefordert sind und wesentlich mehr an Nahrung benötigen, als jemand, der im Büro arbeitet. Dem wird mit dem Buffet-Rechnung getragen, sodass man es dort dementsprechend nachnehmen kann. Aber es ist immer eine Balance zwischen gesunder Ernährung, gesundem Essen und das, was sich unsere Konsumenten auch wünschen. Wir machen einmal im Monat eine Speiseplanbesprechung, wo die Soldatenvertreter daran mitwirken können. Und aus der langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen sagen, es gibt Einrückungstermine, da kommt der Soldatenvertreter und sagt, wir wollen mehr Fleisch. Und beim nächsten Einrückungstermin heißt es, wir wollen mehr Gemüse und mehr Beilagen. Also es ist ein Balanceakt, den wir hier machen. Einerseits die Leute dahin zu bringen, sich gesund zu ernähren. Andererseits aber auch die Essgewohnheiten so weit wie möglich zu akzeptieren. Es bringt uns nichts, wenn wir Gemüseleibchen und alles Mögliche anbieten, wenn die Leute dann vom Speisersaal abbiegen, in das Soldatenheim gehen und dort dann Leberkässe mal sich kaufen. Und das ist das, was man natürlich auch berücksichtigen muss. Diese Balance zwischen gesundem Essen und dem, was unseren Rekruten schmeckt, das muss also immer in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Merken Sie im Laufe der Zeit eine Entwicklung oder Veränderung und zwar jetzt vielleicht getrennt nach den Grundwertdienerinnen und Grundwertdienern, die kurz dabei sind. Nein, Grundwertdienerinnen haben wir noch keine, oder? Nein. Nein, haben wir noch keine. Grundwertdienern und jetzt Menschen, die beruflich beim Bundesheer oder über einen längeren Zeitraum beim Bundesheer sind, auf die beiden Gruppen geteilt, steigt da das Interesse an der Versorgung, Ernährung, kommen da mehr Anfragen, was gibt es, woher kommen die Lebensmittel, gibt es da konkrete Wünsche, gibt es mehr Kritik, interessiert man sich mehr? Und ich könnte vermuten, in den beiden Gruppen ist das vielleicht unterschiedlich, aber wie ist da Ihre Beobachtung über die Jahre? Tatsache ist, dass man beobachten kann, dass der Konsument immer mehr daran interessiert ist, dass er weiß, was er isst. Das heißt, ein Produkt, das aus Österreich ist, ist sicherlich etwas, was immer bevorzugt wird. Und daher gehen wir auch in diese Richtung, was die Auszeichnung betrifft, um zu sagen, dieses Produkt ist aus Österreich, wobei gerade beim Fleisch ist das auch nicht immer ganz so einfach, diese Kriterien zu definieren. Wo ist die Kuh aufgewachsen, wie ist sie gemästet worden, wo ist sie geschlachtet worden, wo ist sie weiterverarbeitet worden? Mit einem Armagütesiegel hätte man die Sicherheit. Ja, die Schwierigkeit ist, mit einem Armagütesiegel können wir so nicht ausschreiben, weil das wieder eine Diskriminierung. Aber es könnte sein, dass Sie dann Fleisch trotzdem umgekehrt, Sie dürfen es natürlich nicht ausschreiben, aber kommt es vor, dass Sie Fleisch mit Armagütesiegel-Auszeichnung dann bekommen von einem Lieferanten? Weil dann hat man wieder die Sicherheit quasi. Das kann natürlich durchaus sein, aber das, was wir feststellen, ist, dass der Konsument sensibler geworden ist, der Konsument mehr darauf achtet, auch heimische Produkte zu kaufen, regionale Produkte zu kaufen. Und das ist also sicherlich in beiden Gruppen, die Sie angesprochen haben, der Fall vielleicht ein bisschen bei den Älteren oder bei den Bediensteten ein bisschen mehr noch das Interesse als bei den Jungen. Bei den Jungen ist es eher so, der Magen muss gefüllt sein, es muss schmecken und es muss möglichst lange anhalten. Interessant, ich hätte es genau gegenteilig vermutet. Ja, ich auch, aber wir sind auch nicht mehr so jung. Das stimmt, aber deswegen kann man sich ja trotzdem damit beschäftigen, was junge Menschen an Wünschen mitbringen. Aber es ist so, dass aus beiden Altersgruppen, sage ich jetzt einmal, diese Fragen kommen und man merkt, dass hier ein Umdecken stattfindet und die Leute bewusster und sensibler mit dem Thema umgehen und auch diese Information wollen. Können Sie eigentlich mit der Ausschreibung Steuern, was Sie bekommen oder steht da nur 400 Kilo Schweinefleisch oder spezifizieren Sie die Qualität stärker? Man kann natürlich jetzt auch sagen, man möchte Fleisch oder man möchte Biofleisch, das kann vorgegeben werden, auch wieder produktneutral, wobei man natürlich da sagen muss, dass wir einen eingeschränkten finanziellen Rahmen auch haben. Wir haben im Prinzip für die Versorgung für den ganzen Tag 5 Euro zur Verfügung und wenn man schaut, was also die Preisunterschiede zwischen einem normalen herkömmlichen Produkt und einem Bioprodukt sind, dann ergeben sich hier sehr große Differenzen. Wir sind aber der Auffassung, dass ich nicht unbedingt immer auf Bio schauen muss. Mir ist es lieber, ich habe ein Produkt, das aus der Region kommt, wo ich weiß, wie die Tiere dort behandelt werden, Tierwohl etc. ist auch ein Thema, als dass ich also quasi um des Bio-Willens, also vielleicht an Bioprodukte weiter herbringe, wo ich also ganz einen anderen CO2-Fußabdruck habe oder vielleicht sogar aus dem Ausland, weil die Menge an Bioprodukten in Österreich auch gar nicht verfügbar ist. Gelingen Sie über diese Spezifikation, dass man damit doch österreichische Waren bevorzugt? Natürlich nicht, weil das wäre wahrscheinlich nicht der Ausschreibung entsprechend, aber durch die Qualitätsstandards oder andere Themen, die man spezifiziert, heißt das, oder wie wirkt sich das in der Realität aus? Ist es dann leichter für einen lokaleren Lieferanten sowas zu erfüllen? Ich glaube, es gibt in ganz Europa Bio-Händler, Bio-Anbieter. Vielleicht nicht Bio, aber wenn man jetzt denkt, ich fantasiere, man könnte definieren oder vielleicht tun sie das, dass man sagt, man hat bestimmte Haltungsformen oder Fütterung, die man vorschreibt bei tierischen Produkten, ich weiß es nicht, gentechnikfreie Fütterung, keine Anbinder oder andere Standards halt, wo man sagt, da ist man in Österreich teilweise weit um einiges weiter als größere Märkte im europäischen Kontext und dadurch quasi tut sich der heimische Anbieter leichter, weil das hier einfach verfügbar ist und in anderen Ländern vielleicht nicht so leicht. Ja, die Möglichkeiten gibt es natürlich bis zu einem gewissen Grad. Es gibt jetzt aufgrund des Regierungsprogrammes, wo ja vorgegeben ist, dass wir also hinkünftig wesentlich mehr regional und saisonal einkaufen und auch den Bio-Anteil zu steigern haben. Hier gibt es das Forum Österreich ist regional. Das ist eine interministerielle Plattform, wo also unser Ressort eingebunden ist, das Landwirtschaftsministerium, Klimaschutzministerium, die BPG, also wo hier verschiedenste Organisationen eingebunden sind und die beschäftigen sich genau mit diesen Thematiken. Denn es ist immer dieser Spagat, was kann man definieren, bis zu welchem Grad kann man es definieren, um nicht zu riskieren, dass also eine Ausschreibung dann beansprucht wird, weil sie vielleicht diskriminierend ist oder im Ansatz erkennbar ist, dass also hier dann regionale Anbieter bevorzugt werden. Das ist ein sehr, sehr heikles rechtliches Thema, um das also hier in diesem Forum Österreich ist regional auch entwickelt wird. Und das ist am Beginn. Und ich glaube, dass es hier in naher Zukunft sehr gute Ansätze geben wird, um das also dementsprechend abzubilden. Wenn man jetzt so ein Jahr betrachtet, 2021, können Sie grob sagen, die Mengen jetzt bei Fleisch, Fleischwaren oder bei Milch-Milchprodukten, die Sie im Jahr einkaufen für das gesamte österreichische Bundesheer? Im Detail habe ich es nicht, aber wir haben in etwa ein Beschaffungsvolumen von 18, 19 Millionen Euro insgesamt. Und wenn man nochmal bei Milch-Milchprodukten, Fleisch bleibt, dann würde mich vielleicht auch noch Gemüse und Obst interessieren. Von Ihrem Gefühl, jetzt ohne das exakt benennen zu müssen, wie viel davon ist Österreich oder kommt aus Österreich? Wir haben einmal erhoben, da liegen wir ungefähr bei 70 Prozent. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Zahl vielleicht nicht 100 Prozent valide ist, weil überall dort, wo du Convenience-Produkte verwendest, ich sage, von Schnitten angefangen, ist es natürlich schwierig, wenn sich das Produkt aus unterschiedlichen einzelnen Lebensmitteln zusammensetzt, wie du es dann definierst. Und jetzt kommt aber ja, denke ich, die Herkunftskennzeichnung bei den Großküchen zumindest, so hätte ich verstanden, aus dem Regierungsprogramm. Ich weiß nicht, ob man verpflichtend sagen kann, aber es ist das Ziel doch, dass man es dort umsetzt, oder? Bei den Großküchen, weil es dort leichter zu machen ist als jetzt für Einzelverpflegungen und, und, und. Wie wird man dem dann her, wie setzt man das um, oder machen Sie sich jetzt schon Gedanken, ich weiß nicht, wann das beginnen wird, dass Sie dann ausweisen in den Kantinen oder bei Ihren Küchen, nämlich verarbeitet und nicht verarbeitete Produkte, wo sie herkommen. Gibt es da schon Gedanken dazu, wie man das tun wird? Wir arbeiten seit Längerem an einer sogenannten Leistungsbeschreibung Lebensmittel. Das ist eine standardisierte Beschreibung von den einzelnen Lebensmitteln nach der Ölnorm A2063. Die kommt zwar aus dem Baubereich, ist aber von der Struktur her entsprechend für uns verwertbar. Hier wird dann zum Beispiel das Produkt Milch in allen seinen Parametern aufgegliedert, angefangen von den Nährwerten, den Inhaltsstoffen, etc., etc., sodass man hier eine produktneutrale Beschreibung hat, Fettgehalt und, 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 und. Und das soll dann in weiterer Folge die Basis für unsere Ausscheibungen sein. Und der Lieferant sagt, aha, die Milch beim Bundesheer soll so ausschauen, 3,6 Prozent Fett, laktosefrei oder auch nicht, und meine Produkte passen, die kann ich dir anbieten. An dem arbeiten wir, das ist aber natürlich ein Prozess, der sehr aufwendig ist, das alles zu definieren. Wir bedienen uns auch da hier des Bundeslebensmittelschlüssels. Wir versuchen also hier auf schon gängige Qualitätsstandards und Standards zurückzugreifen. Und das soll auch dazu führen, dass wir dann im Rahmen der Ausscheibung über die BPG leichter Firmen finden, die dann bei uns auch anbieten, weil es ist natürlich schwierig für einen kleinen Anbieter, erstens einmal bei der BPG hier an dem Ausscheibungsverfahren prinzipiell teilzunehmen, weil er muss schon einen entsprechenden Aufwand betreiben. Er muss sich das ganze Vertragswerk ansehen, er muss schauen, was muss er liefern, wann muss er liefern, in welchem Umfang muss er liefern. Und das ist für einen kleinen Anbieter schon eine große Herausforderung. Und wenn der dann ein, zwei, drei Mal bei einer Ausscheibung teilnimmt und dann da keinen Zuschlag bekommt, dann sagt er irgendwann einmal, dieser Aufwand steht sich nicht dafür und damit steige ich aus. Das ist leider Gottes auch etwas, was wir in den Vergabeverfahren selbst immer wieder auch sehen. Es ist schwierig, kleine Anbieter zu bekommen. Es gibt auch am Markt den Fleischer nebenan, den Bäcker nebenan, der dann in der Lage ist, in einer Kaserne ein paar hundert Kilo Brot zu liefern. Denn die werden leider Gottes immer weniger. Daher haben auch wir in diesem Forum Österreich-Egänse ist regional danach oder trachten wir danach, wieder diesen Bereich zu stärken. Und es gibt da mittlerweile auch auf der Wirtschaftsseite die eine oder andere gute Idee und Herangehensweise, wie man solche regionalen Anbieter bündelt, um dann also im Zuge einer Genossenschaft oder einer Bietergemeinschaft hier dementsprechend an den Ausscheibungen der BPG teilzunehmen. Und das, was wir auch geplant haben, ist, dass wir gemeinsam in diesem Forum auch die Warengruppen und die Lieferlose noch einmal komplett durchleuchten. Weil wir gesagt haben, wenn wir Obst und Gemüse im Bausch und Bogen ausschreiben, dann wird es nur ganz wenige Anbieter in Österreich geben, nämlich in der Regel die großen Anbieter. Hier muss es dann natürlich ein Herunterbrechen auf die einzelnen Produktebene geben, um also auch kleineren Anbietern die Möglichkeit zu geben, hier mitzubieten. Bedeutet aber sowohl auf unserer Seite als auch auf Seite der Bundesbeschaffungs GmbH, dass ich mehr Ressourcen brauche, weil das Vergabeverfahren dann natürlich dementsprechend umfangreicher wird. Die BPG hat auch ein sogenanntes dynamisches Beschaffungssystem entwickelt, das wir derzeit in vier militärischen Liegenschaften testen. Hier wird sich zeigen, inwieweit hier dann tatsächlich auch diesem regionalen Gedanken mit diesem Vergabeverfahren Rechnung getragen werden kann. Das bedeutet, dass Kasernen zum Beispiel auch autonom vergeben können? Ich habe da so eine romantische Vorstellung. Da hat man eine Kaserne irgendwo in der Steiermark und da sind auch Tiere und Gemüse etc. Da wäre es ja naheliegend, dass diese Kaserne versorgt wird von den Bauern aus der näheren Umgebung, aus der Region. Das wäre natürlich wünschenswert und eine optimale Vorstellung. Allerdings stößt das natürlich an mehrere Grenzen. Erstens ist es so, wenn du einen kleinen regionalen Anbieter hast, ich sage jetzt einen Erdäpfelbauer, dann muss der das ganze Jahr liefern können. Das ist einmal die erste Herausforderung, die wahrscheinlich nicht jeder Erdäpfelbauer erfüllt. Das zweite ist, wir haben gewisse Lieferbedingungen. Das heißt, der Erdäpfel muss in einer gewissen Verpackung kommen oder in einem gewissen Behältnis etc. Oftmals hat dieser Anbieter auch die ganze Logistik dahinter nicht. Das heißt, er hat zwar die Möglichkeit, die Erdäpflernte einzufahren, aber dann das in die Kasernen zu bringen, über diese Möglichkeiten verfügt er vielleicht nicht. Also das heißt, es sind schon einige Herausforderungen, die damit verbunden sind, als regionaler Anbieter auch tatsächlich liefern zu können. Ich habe dazu noch eine Frage. Ist es nicht auch aus strategischer Sicht wichtig, für das österreichische Bundesheer autonom von der eigenen Landwirtschaft versorgt zu werden? Ich habe gerade gestern gelesen, das Bundesheer oder das Verteidigungsministerium hat dann auch ein Ziel gesetzt, die Versorgung jetzt nicht im Lebensmittelbereich, sondern insgesamt mittelfristig autark zu gestalten. Weil das ist ja auch militärstrategisch wichtig, dass man sich selbst versorgen kann, wenn es irgendein Problem gibt. Jetzt kommen wir mal in die tiefsten Geheimnisse des österreichischen Bundesheeres. Wenn es irgendwo ein Problem gibt und die Kartoffeln kommen aus, weiß ich nicht, Portugal nicht, dann gibt es nichts zu messen, oder? Natürlich ist es immer am schönsten, wenn man alles aus der Region beziehen könnte. Warum? Erstens einmal stärken wir die heimische Wirtschaft, zweitens haben wir einen relativ geringen CO2-Fußabdruck. Das heißt, alles im Sinne der Nachhaltigkeit. Leider Gottes ist es halt so, eben wie gesagt, die Anforderungen dann wirklich rund um die Uhr beliefert werden zu können und auch dann beliefert werden zu können, wenn es also Szenarien gibt, wie zum Beispiel ein Blackout. Auch das muss natürlich sichergestellt werden. Und im Sinne der Bevorratung ist es eher so, dass wir hier bei der Bevorratung nicht auf Frischwaren gehen, sondern eher auf Dauerware und hier meistens auftragbezogen produziert wird. Das sind also größere Gebinde, die durch die Anbieter immer nur erst auf Bestellung produziert werden, die dann über einen längeren Zeitraum haltbar sind und dann im Zuge des täglichen Kochens dort dann umgesetzt werden. Spielt bei den Ausschreibungen Saisonalität eine Rolle, bei Gemüse und Obst zum Beispiel? Kann man das dort reinschreiben oder passiert das, wenn es möglich ist? Beim dynamischen Beschaffungssystem schreibt man natürlich auch in diese Richtung aus. Das sind jetzt alles Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen. Regionalität, Saisonalität. Ich sage immer, die Banane ist bei uns eines der Obstprodukte, die bei den Konsumenten gut ankommt. Auch die Orange, aber das ist halt alles nicht heimisch und nicht regional. Und daher muss man auch immer wo einen gewissen Mix finden. Aber ich sage, es wäre wichtig, dass man zu den Zeiten, wo bei uns also am Feld die Früchte wachsen und das Gemüse wächst, dass man also hier dementsprechend auch unseren Speiseplan adaptiert. Da sind wir dabei, dass wir also auch hier die Saisonalität in den Speiseplan mit einfließen lassen. In dem Projekt Klimateller haben wir das mit speziellen Rezepturen. Auch diesbezüglich sind wir dabei, das umzusetzen. Arbeiten Sie mit Ernährungs- oder vielleicht gibt es die im Team des Bundesheeres Ernährungsexpertinnen, die Sie beraten, wie so ein Speiseplan auszusehen hat das ganze Jahr über? Ja, wir haben einen Ernährungswissenschaftler bei uns an der Heeres Logistikschule im Rahmen der Ausbildung, der aber mit uns eng zusammenarbeitet und wir haben ein Qualitätssicherungsteam, wo wir auch jemanden aus dem Bereich der Ernährungswissenschaft haben. Wir haben die örtologische Assistentinnen, die also auch dementsprechend in den medizinischen Bereichen hier beratend zur Verfügung stehen. Also wir lassen das sehr wohl einfließen. War aber, muss man auch sagen, intern einige Überzeugungsarbeit notwendig. Mittlerweile hat man erkannt, dass die Verpflegung etwas Wichtiges ist, dass die Gesundheit, die damit verbunden ist, etwas Wichtiges ist und daher sind die einen oder anderen Ressourcen auch für uns freigegeben worden. Ursula, was nimmst du mit aus unserem Gespräch? Dass das österreichische Bundesheer viel einkauft, zu einem sehr hohen Anteil, die 70 Prozent auf oder ab, die Sie genannt haben, in manchen Kategorien tatsächlich auch sehr regional einkauft offensichtlich, aber dass es gar nicht so einfach ist, auch wenn man sich Ziele setzt, man sagt, ob jetzt Qualitätsthemen wie ein bisschen Bio angesprochen oder auch andere Qualitätsabstufungen und Herkunft, auch wenn man es umsetzen möchte als öffentliche Einrichtung, es gar nicht so leicht ist, weil man einfach den europäischen rechtlichen Rahmenbedingungen Folge leisten muss, aber es trotzdem Bemühungen gibt, in diesem Rahmen österreichische Landwirte zu berücksichtigen beim Einkauf. Ja, das bleibt bei mir auch irgendwie hängen, dass die EU-Vorgaben offensichtlich doch sehr restriktiv sind und den Handlungsspielraum einschränken letztendlich. Sehr kompliziert ist man solcher Ausschreibungsverfahren, oder? Du kannst nicht einfach sagen, du kaufst dort und dort ein oder schreibst regional, sagen wir mal für eine steirische Kaserne in der Steiermark aus, Tiroler Milch für Tiroler Kaserne, das scheint nicht möglich zu sein. Aber ich sehe auch, dass offensichtlich daran gearbeitet wird, ich will jetzt nicht sagen, das zu umgehen, sondern sozusagen kreativ zu lösen. In diesem Rahmen eine Möglichkeit zu finden. Und was ich noch mitnehme, ist vielleicht auch ganz interessant, jetzt in Richtung der Landwirte. Es zahlt sich aus, in der Vermarktung, wie Sie haben es gesagt, Genossenschaften oder so Vermarktungsgemeinschaften wahrscheinlich zu gründen, weil man damit eine gewisse Größe abdecken kann, um dann für so öffentliche Ausschreibungen auch relevant zu werden. Oder auch selbst das Prozedere durchlaufen zu können, weil Sie haben es beschrieben. Ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor. Ich war einmal in so einem Ausschreibungsprozess beteiligt. Das ist eine Wissenschaft, das für beide Seiten es korrekt zu machen. Ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand. Als einzelner Bauer, als einzelne Bäuerin ist das wahrscheinlich aussichtslos, weil ich es mir auch nicht antue. Das heißt, in Richtung der Landwirtinnen zu sagen, Genossenschaften und Vermarktungsgemeinschaften zu gründen, um damit einfach auch eine relevante Größe für solche Abnehmer zu bekommen. Vielleicht als ein Beispiel das bäuerliche Versorgungsnetzwerk Steiermark, das gegründet worden ist vor nicht allzu langer Zeit, das also den Überbau bildet, hier die entsprechenden Vertragsunterlagen zu sichten, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen, Rechnungen auszustellen etc. und die aber hier dann mehr oder weniger sich ihrer Sublieferanten, sprich der einzelnen bäuerlichen Betriebe und Lieferanten bedienen. Und zum Vergabegesetz ist natürlich jetzt mit dem Bestbieterprinzip schon ein gewisser Spielraum entstanden, dass also nicht nur der Preis ausschlaggebend ist, sondern dass man Kriterien definieren kann, die letztendlich dazu führen, dass also nicht unbedingt der billigste, sondern tatsächlich auch der beste zum Zug kommt, und wenngleich ist hier natürlich noch einiger, sage ich jetzt einmal, kreativer Arbeit bedarf, um hier wirklich die Möglichkeit zu schaffen, mehr in der Region einkaufen zu können. Herr Oberst Nowak, vielen Dank für das äußerst interessante Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Ich bedanke mich. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.